Ich bitte die Schweizerinnen und Schweizer, den Pirmin Schwander als mein Nachfolger, in Ständerat zu wählen. Wir brauchen im Ständerat weiterhin eine unabhängige Person, eine bürgerliche Person, die sich für den Kanton Schweiz einsetzt. Und das würde der Pirmin mit Garantie machen. Ich danke allen, die an die Tourne gehen und den Pirmin Schwander wählen.